Ja, so, beim Komponieren ist immer so eine Geschichte, wie immer, gehen wir ran. Manchmal hat man so eine Idee, einfach eine gute Line, an der man arbeiten kann. Oder irgendein Ereignis, der einen tief bewegt, oder ganz einfach wieder Urlaub. Oft ist es einfach nur Urlaub, wir werden jetzt nur so nebenberuflich praktisch machen, die Musik. Viele Stücke entstehen da, das nächste Stück entstand relativ kurzem Aufenthalt auf einer Insel, auf Freier Tabletura. Musik 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 Musik